Ja, guck, das ist Manfred Baramanski, ne? Haben wir jetzt mal ne Hose? Egal, einfach ne Hose. Nein, das muss ne spezielle sein. Ich muss nochmal gucken, wo die ist. Ne, so kann ich nicht rumlaufen, da sperrt er mich sofort ein. So, da ist mein Hemd, was ich gesucht hab. Das Unicorn ist... Ey, sollen wir uns nen Labdance holen? Hab ich nen Streamer auf 18? Ja, hast du. Okay. Damit ich dem eh noch richtig auf den Sack hängen kann. Oh. Okay, mit den Preisen, da müssen wir nochmal dran. Das können wir so nicht lassen. Sehe ich jetzt so halb wie aus wie der... Als wenn ich ein Sex-Terrorist wäre, äh, Sex-Tourist wäre. Keine Waffen, voll langweilig. Eintreten. Fäck. So. Ist das mein Grüner? Jawoll. Oh, Juleschka ist nicht da. Oh, ab jetzt bin ich der Boss vom Unicorn. Aber der Cop kommt hier nicht rein. Ganz einfach. Ich mach jetzt erstmal nen Labdance, okay? Toll, ich guck die Wand an. Da ist er. 1200, ich weiß nicht, ob das zu teuer ist. Ich hoffe, der Stream ist ab 18. Ja. Wenn ich jetzt... Man ist die Karriere gleich beendet. Ja, man kann leider nicht viel machen da. Da muss ich nochmal gucken, ob ich nicht noch ein paar... Und die tragen mit. Irgendwie noch viel zu viel. Yes, Anne. Hallo. Können Sie nicht reden, oder was? Hallo, können Sie nicht reden mit mir? Ja, ich trinke gerade Schaub. Das ist Staub-Dum. Wunderschöne Guderik. Was haben Sie denn so im Angebot? Tja, was zu trinken. Äh, ich nehm irgendwas. Hauptsache ein Soda oder irgendwas. Ich sterb gleich. Machen Sie schnell. Mit da und dann auf... Auf... Auf Soda und dann geben. Und dann... Ja, gib. Mach dann eine Million Euro. Jetzt hier ist es halt das Jobcenter. Das muss auch noch überarbeitet werden, ein bisschen. Man kann Busfahrer, Fischer machen, Raffinerie, Müllwagenfahrer, Holzbetrieb, Bergbau, Schlachterei, Schneiderei, Taxi und Arbeitslos. Wenn du auf der Karte guckst... Kannst hier so Wohnungen mieten. Wir haben einen Mechanikerjob, äh, der ist. Wir haben Blitzer. Äh, man hat... Wir haben einen Flugzeughändler. Mit Garage sogar. Und bei dem Boothändler, da muss ich mal gucken. Also wir haben auch Jobs wie, äh, noch Sanitäter. Sanitäter, das sind so Jobs, äh, das sind Right-Listen-Jobs. Äh, du kannst dich entweder als Polizist bewerben. Du wirst eine Grundausbildung bei mir machen. Beim Sanitäter wirst du eine Grundausbildung beim Torte machen. Ja, noch... Ich denke selber mischen. Das heißt, du musst die Früchte nehmen und so und dann kannst du die mischen. Man hat halt viele Möglichkeiten. Es gibt Gangs, die sind auch schon da. Die hier zum Beispiel von dem Cannabis hier gibt's. Äh, wir haben eine Cannabis-Farm. Es gibt Kokain. Oh, dann müssen wir auch noch durchgucken nochmal. Die gehen eigentlich. Ja, die funktionieren. Dann hau mal zwei Cheeseburger raus, bevor ich umfalle. Äh, hab ich nicht, aber ich sauf mir eben den Champagner. So. Äh, die Cashews-Kerne. Ach, du brauchst auch was zu essen, ne? Da ist um. Oh mein Gott, bin ich voll. Oh, Drugtester benutzen. Riss die mal um, Alter, sonst piss ich dir ans Bein. Hey, Beamte stehen immer dabei. Äh, willst du mal einen Schnippi sehen? Hehehe. Ah, okay, der Herr Kollege hat ein Auto geklaut. Genau, wir haben auch Autodiebstahl. Sehr geil, ist halt die Fahrzeuge gehen kaputt. Ich bin nicht angeschnallt, aua. Man muss tanken, die Autos bekommen Schaden, gehen kaputt. Es gibt so Werkstätten, wo wir selber reparieren können. Halt, äh, per NPC. Und dann gibt's halt noch menschliche Spieler, theoretisch, die das machen sollen. Hast du mein Auto beschlagnahmt? Hahaha, glaub ich's nicht. Ich spöre. Muss mal eben mein, äh, Flugzeug. Ich hab wieder das Flugzeug ausgepackt, so ne Scheiße. Das muss ich auch noch blockieren, dass man hier am Würfelpark nicht sein. Flugzeug ausparken kann. Ist das Motorrad überhaupt legal? Äh, ja, es hat ein Kennzeichen. Guck. Da, guck. Ist es wirklich? Oh. Das ist sogar auf meinen Namen, glaub ich, angemeldet. Toll, das Kennzeichen ist so klein, ne? Nur mal ein Stück weiter weg gehen. Kannst das nicht sehen? Hören Sie mal, Officer, sind Sie blind oder was? Personalausweis anzeigen. Da muss ich auch noch mal gucken, dass wir da irgendwie noch ein Bild reinkriegen, aber... Ich hab noch keine Ahnung, wie. Äh. Gehen Sie mal vor meinem Motorrad runter, ja? Gehen Sie mal vor. Vogelgehalten. Der, der und der Rabge auf jeden Werbumwerb. Ja. 깔데, das Mission sein Supersels�aj Mmmh-Modeln. Unter��elbe altogether. Wir liegen auf vielen Schritte, weil ich noch ein Blut bewầy. Wir des Modatzen des faded Noten. Wir sehen uns nach. Wir sehen uns hier im roten waren. Wir sehen uns hier, dass wir soizen. Ja. Wir sehen hier außerhalb. Wir sehen uns damit, wie ein shakes wir zogen. Wir sehen uns hier oben. Und dann gibt's lore neighbor versusicon. Vielen Dank.